hallo Marcel vom Autoladen Dresden ich grüße euch und zwar habe ich heute euch einen mercedes 250 cla mitgebracht in einer richtig schicken rot schwarzen kombination das fahrzeug bringt ein amg paket mit es bringt ich würde sagen fast nahezu eine voll ausstattung mit ich kann mir nicht vorstellen dass hier so vieles fehlt es ist ja ich finde wirklich ein tolles fahrzeug in einem richtig guten legezustand hat 70.000 kilometer runter ist aus beurte 2015 und die amelie die hinter der kamera fungiert die wird euch das fahrzeug mal vorstellen bzw das fahrzeug mal hier drinnen sozusagen da können wir auch dann gerne mal im raum reingucken es hat eine schöne felge mit dabei die räder sind von conti das letzte mal etwas auf dem pflegezustand und auch auf den vorbesitzer schließen dass er nicht gespart hat am falschen ende können wir auch gerne reinschauen also wie man sieht auch vom lenkrad her ist nichts abgegriffen oder irgendwas auch hier die tolle kombination mit dem alcantara paket und dem leder ist eine super sache amelie was sagst du dazu wie gefällt das fahrzeug ich finde die sport sitze sehr schön mit den details das wirkt schon optisch sehr sehr hochwertig auf jeden fall viele elektronische helfelein sind mit an bord die sitze kann man elektrisch vorstellen haben sogar memory paket mit dabei die spiegel kann man elektronisch einklappen man hat eine elektrische heckklappe sogar also alles was das herz begehrt ein schönes panoramadach hat man das sieht man auch hier die kombination schwarz und rot ich finde es einfach nur mega auch hier die seitenleisten alle schwarz gehalten perfektes fahrzeug also wer ein schickes fahrzeug von mercedes haben will ist ich glaube mit diesem fahrzeug echt gut dabei es ist ein hingucker auf jeden fall dann haben wir hier eine schöne elektrische heckklappe ich finde auch für ein cla der kofferraum da kann sich sehen lassen da bekommt man bequem paar koffer rein ja dann hat man hier oben die tasse dann schließt sich das wieder von automatisch von alleine genau ansonsten muss man sagen keine großartigen kratzer etc pp steinschläge oder was gebrauchsspuren wird man immer etwas finden aber an sich wenn ich mit der garantie wechselt das fahrzeug für 24.990 euro den besitzer das heißt ein jahr premium garantie ist inklusive was heißt premium garantie premium garantie heißt 16 baugruppen elektrische mechanische und elektronische anlagen ja das sei dafür ein jahr safe und könnt das in jedes in jede werkstatt eures vertrauens quasi bringen wenn wirklich innerhalb eines jahres das wäre wie kommt ihr jetzt zu dem fahrzeug und zwar könnt ihr euch gerne bei uns melden telefonisch wir können zu dem fahrzeug eine videotelefonie machen das heißt wir lernen uns am telefon kennen wir können alles im fahrzeug besprechen wir können eine zahlungnahme prüfen wir können auch finanzierungen rechnen und letztendlich können wir euch das fahrzeug auch ausliefern und alles miteinander am telefon ausmachen und das ist finde ich das eine gute sache gerade in diesen tagen mit dem hindergrund corona und so weiter würde ich mich freuen wenn wir da ins geschäft kommen und so lernen wir uns kennen ich würde mich freuen bleibt gesund und wir hören besucht uns fällt mir gerade noch ein auf den ganzen sozialen medien instagram facebook und so weiter sind wir überall vertreten bis dahin tschüss tschüss euer Marcel ich bin Untertitelung des ZDF, 2020